Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 61 und ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr eine wunderschöne Woche hattet und die Verspätung des heutigen Podcasts, die kann ich euch definitiv prognostizieren, wenngleich ich euch natürlich nicht das Wetter prognostizieren kann, über das wir ja immer zu Beginn des Alpcasts mal so kurz, ja ich sag mal, philosophieren. Denn ja, der Winter ist wieder da, er ist irgendwie wieder gekommen und die letzte Woche, ich meine, ihr hoffet, ihr hattet eine wunderschöne Woche, aber ich bin mir sicher, dass sie keiner so richtig genießen konnte bei den Temperaturen, also Minusgrade, auch in der Zivilisation, teilweise Schneefall, also absurd, absurd und das im April, ich bin ja eigentlich kein Fan. Also ich muss ja sagen, das gibt keinen Like, da bin ich raus. Ich bin ja mehr so der Fan von den aktuellen Prognosen, so wieder wunderschönes Wetter, wieder richtig schön warm, wieder Sonne und dann kann man wieder was draußen machen und was draußen erleben, aber ich finde so bei 0 Grad und bewölkt und Schneefall, Schnee, Regen, Wind, ich finde da lässt sich's nicht genießen. Ich finde, da kann man nicht so richtig gerne auf Touren gehen, also ich zumindest tue mir da dann schwer, so ein paar Trainingstouren oder sowas zu machen, aber naja, vielleicht hilft es uns auch jetzt wieder, dass wir ein bisschen länger, weiß ich nicht, zwar ein bisschen Wintersport betreiben können, mehr oder weniger zumindest, ich meine in den niedrigen Lagen. Man merkt halt, es ist April, es ist halt einfach wirklich, wirklich schon streckenweise warm unten und der Schnee, der bleibt ja auch nicht mehr recht tief liegen, insofern, es ist ja gerade irgendwie wirklich komisch und ich bin gespannt, was in den nächsten Tagen passiert. Wenn es wirklich so warm wird, wie angekündigt, ja dann können wir uns auf eine massive Schneeschmelze freuen und dann wird alles ganz, ganz schnell gehen, aber schauen wir mal, wie es wirklich wird, denn auch die Prognosen haben sich in den letzten Tagen sehr häufig verändert. Naja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine schöne Woche, ich hoffe, ihr konntet trotzdem diese sehr wechselhaften Tage genießen und das kommende Hoch könnt ihr auch hoffentlich irgendwie nutzen. Jedenfalls möchte ich heute über die berühmt-berüchtigten ersten Schritte im Bergsport sprechen, ganz egal, ob das jetzt das Klettern betrifft oder das Wandern oder das Weitwandern oder Klettersteige, Hochtouren, Eisklettern, was auch immer. Die ersten Schritte, die sind ja immer irgendwie was Spannendes und ich möchte deshalb heute darüber sprechen, denn auch dieses Jahr fangen wieder sehr, sehr viele Menschen neu mit etwas Neuem an. Viele Leute wagen sich dieses Jahr das erste Mal an einen Klettersteig, viele Leute wagen sich das erste Mal an das Klettern, an Hochtouren und so weiter. Und das passiert jedes Jahr und gerade in den letzten Jahren, als durch Corona sehr viele Menschen den Weg zum Bergsport gefunden haben. Da kommt es natürlich jetzt immer weiter dazu, dass sich die Leute weiterentwickeln wollen und das ist ja auch ganz großartig. Aber es ist doch irgendwie auch spannend, das mitzuverfolgen und vor allen Dingen, man kann sich das Leben schon ganz schön schwer machen, wenn man da das ein oder andere nicht richtig macht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass natürlich nicht nur das die Intention für dieses Thema war, sondern vor sage und schreibe 50 Wochen zur Episode 11 habe ich eine Mail bekommen, in der ich dafür kritisiert wurde, dass es in dem Podcast zu wenig darum geht, wie man denn in den Bergsport jetzt wirklich richtig einsteigt und wie man das am besten macht und so weiter, dass es zu wenig um Praxistipps geht. Ich habe damals entgegnet, ja die Praxistipps, die sind ja vor allen Dingen video relevant, also die sind in den Videos doch eher omnipräsent und gar nicht so im Podcast. Im Podcast, da reden wir einfach mal ein bisschen über den Bergsport und diese praxisnahen Tipps, die haben wir ja dann eh in diversen Videos, in den Tests, in den Grundlagenkursen und so weiter. Das war ja damals meine Reaktion, aber jetzt so 50 Wochen später, ich habe jetzt quasi 50 Wochen tagtäglich, Tag und Nacht darüber nachgedacht über genau diesen Kommentar und ich muss sagen, ja doch, jetzt stimme ich doch zu, wir müssen doch drüber reden, wir müssen über die ersten Schritte sprechen, wie wir uns gemeinsam in eine neue Disziplin einfinden, wie sich das Individuum in eine neue Disziplin einfindet und was dabei eigentlich schief gehen kann und vor allen Dingen, wie wir uns eigentlich dadurch, dass wir Neues wagen, auch sehr angreifbar machen für Kritik oder angreifbar für Konkurrenzgedanken etc. machen. Ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema und ich glaube, dass es wirklich jeden und jede von uns betrifft, denn wir können nie komplett auslernen. Ich glaube, man wird irgendwann, wenn man sich immer weiterentwickelt, natürlich zu einer sehr elitären Gruppe dazugehören, aber ich bin mir sicher, dass es immer jemanden gibt, der noch klüger oder noch erfahrener oder noch stärker ist als einer selber und deshalb sollten wir uns vielleicht auch mal damit auseinandersetzen. In diesem Sinne würde ich sagen, starten wir in dieses Thema mit der einfachen Frage, wie wollen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich sein? Wie wollen wir eigentlich in einem Jahr oder so fit sein? Wie wollen wir dann uns in den Bergen bewegen können? Was ist eigentlich Ziel des Spiels? Das hat natürlich auch ganz viel mit der Planung zu tun. Was möchte ich denn eigentlich dieses Jahr machen? Was möchte ich unternehmen? Möchte ich dieses Jahr mehr Seinlängen, Klettertouren machen, aber kann aktuell noch gar nicht klettern? Dann ist das natürlich ein ambitioniertes Ziel, aber nicht unerreichbar. Die Frage ist nur, wie geht man das dann an? Und genau deshalb sollte man sich diese Frage stellen, wie möchte ich denn in einem Jahr dann unterwegs sein? Was möchte ich denn in einem Jahr unternehmen können und so weiter? Und dann hat man natürlich auch schon mal eine erste Zielvorgabe. Man hat das Klettern beispielsweise, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel, als Ziel vor Augen. Man möchte im September oder Oktober irgendwo in den Dolomiten oder in Spanien erste coole Mehrseillängen klettern. Und das ist natürlich ein weit entferntes Ziel, wenn man noch gar nichts mit dem Klettern am Hut hat, aber man muss natürlich irgendwo anfangen. Und deswegen geht man dann vielleicht das erste Mal in die Boulderhalle oder bouldern und dann geht man vielleicht in so einen Schnupperkurs fürs Klettern und das macht einem dann Gott sei Dank auch sehr viel Spaß. Und gleichzeitig erfährt man aber auch sehr schnell die harte Realität, dass es sehr viele Menschen gibt, die das auch machen, sehr viele Menschen gibt, die vielleicht auch sehr viel besser sind, die das aber schon jahrelang machen. Und das kann natürlich im ersten Moment sehr einschüchternd wirken, aber vielleicht auch verunsichernd wirken, weil da sind Leute, die klettern schon seit zehn Jahren, aber klettern immer noch in der Kletterhalle beispielsweise. Und wenn man das nicht einordnen kann, wenn man das nicht einschätzen kann, dann ist natürlich die Frage, muss ich jetzt auch zehn Jahre in der Kletterhalle klettern, bevor ich überhaupt mal in den Fels gehen kann beispielsweise. Das sind Fragen, die sind für jemanden, der sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, durchaus nicht irrelevant. Und ich glaube, dass wir als Leute, die vielleicht schon etwas erfahrener sind oder die schon mehr unternommen haben, definitiv uns schwerer tun, uns in diese Situation, diese Lage der Leute hineinzuversetzen. Weshalb ich dazu mal gerne einladen möchte, dass Leute, die ganz neu in einer Idee sind, aber vielleicht ein sehr hohes Ziel haben. Und davon gibt es sehr viele. Ich weiß, dass es sehr viele davon gibt und es noch viel mehr einfach gar nicht erst zugeben wollen, weil sie wissen, dass sie dafür im Zweifelsfall sehr harsch kritisiert werden. Ich komme dazu gleich nochmal zu sprechen. In diesem Punkt sollten wir uns vielleicht dazu alle gemeinsam mal einladen, dass wir versuchen, uns in die Lage dieser Leute hineinzuversetzen, dass es natürlich große Ziele gibt. Und wenn Leute davon sprechen, die überhaupt keine Bergerfahrung haben und keinerlei Idee vom Bergsteigen haben und sagen, ja, sie wollen dieses Jahr, weiß ich nicht, auf den Großglockner oder auf den Ortler alleine gehen, dann ist das so ein bisschen so, wie wenn ich heute aus meiner aktuellen Position sage, ja, ich möchte nächstes Jahr auf den Langapabat gehen. Aber diese, also jeder würde erstmal sagen so, ja, okay, alles klar, ja, gut, also ein Verrückter mal wieder. Aber diese Intention, vielleicht auch diese Naivität, die sollte man nachvollziehen können, denn diese Leute können das ja auch noch nicht richtig einordnen. Die Menschen, die neu in einem Sport anfangen, können das ja überhaupt nicht einordnen. Ich kann auch mich sehr gerne als Beispiel nehmen. Ich habe vor einiger Zeit mal versucht zu schwimmen und ich hatte da irgendwie sehr ambitionierte Ziele und dann habe ich das erste Mal so richtig Schwimmtraining unternommen und dann ist mir aufgefallen, mein Gott, ich bin da viel zu untalentiert dafür beziehungsweise ich bin viel schlechter, als ich mir das vorgestellt habe, beziehungsweise ich kann, ich komme nicht so schnell voran, wie ich mir das vorgestellt habe. Also diese Herrenziele, die man sich dann selber setzt, die sind halt teilweise auch deshalb utopisch, weil sie einfach naiv gewählt sind oder aus dem Unwissen heraus gewählt sind. Deshalb sollte man da vielleicht auch mit einer gewissen Vorverurteilung noch ein bisschen sparsam sein und muss nicht gleich anfangen, auf die Leute darauf zu hacken, nur weil sie jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen übertriebenen Ziele sich gesetzt haben. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich die Kritikpunkte. Man kann natürlich sagen, Anfänger haben im Hochgebirge vielleicht nichts verloren, ohne Bergführer oder ohne Ausbildung oder ohne Erfahrung, weil sie sich selber in Gefahr bringen, weil sie im Zweifelsfall auch andere Menschen in Gefahr bringen können, weil sie natürlich auch Rettungsmittel binden können, was natürlich auch wieder zu einem Problem werden kann, vor allen Dingen, wenn es dann die große Masse trifft. Wir haben vor allen Dingen in den letzten Jahren ja auch dieses Phänomen erlebt, dass sehr viele Leute sehr unvorbereitet in Klettersteigen unterwegs sind. Auch in Bayern vor allen Dingen war das ein großes Problem, als die Leute in Bayern und Klettersteigen unternommen haben, auf der Zugspitze, aber auch am Watzmann, wie heißt der, am Grünstein, ich glaube der Grünstein-Klettersteig war das, wo es auch mal so ein, zwei Reportagen gab über so viele Bergrettungseinsätze. Also man muss schon sagen, bei aller Liebe zum Einstieg und zur neuen Entdeckung, die Kritik ist nicht ganz unberechtigt und deswegen sollte man sie auch ernst nehmen. Auf der einen Seite sieht man natürlich anhand der fehlenden Erfahrungen dieser Leute, der Betroffenen, dass Bergsport natürlich keine so einfache und simple Geschichte ist, wie sie oftmals abgetan wird. Auch ich ernte oftmals den Kommentar, dass ich aus einer Selbstverständlichkeit eine Wissenschaft mache manchmal und ich erlebe das definitiv auch für mich selber so, dass ich mir manchmal denke, musst du das eigentlich erklären oder musst du dazu wirklich ein Video machen, musst du das tatsächlich in einem Video dann erwähnen oder ist das eh selbstverständlich und ganz oft, wenn ich dann die banalsten Selbstverständlichkeiten erkläre, werde ich diesbezüglich aber auch darauf aufmerksam gemacht, dass das sehr hilfreich war, dass das sehr gut war, dass ich darauf eingegangen bin und so weiter, was mir auch die Bestätigung gibt, dass es nicht ganz so banal ist, wie man das manchmal versucht abzutun, vor allen Dingen den Bergsport als Ganzes abzutun. Und man sieht es natürlich auch an der Nachfrage am Kursprogramm der verschiedenen privaten Organisationen, aber auch der Vereine, dass es sehr, sehr großes Interesse daran gibt, dass diese Kurse gemacht werden und abgehalten werden und die Leute daran teilnehmen, dass das Interesse riesig ist und die Kurse teilweise Monate im Voraus schon ausgebucht sind, gerade wenn es um Hochtouren und um das Klettern geht. Und auf der einen Seite bin ich froh, dass die Leute sich in diese Ausbildung hineinsetzen und versuchen das Ganze mit professioneller Hilfe, also mit einem Profi an der Hand sozusagen, sich weiterzubilden. Auf der anderen Seite vermitteln diese Kurse und ich habe das schon mal angeschnitten in einer anderen Episode, vermitteln diese Kurse natürlich auch ein Gefühl von falscher Sicherheit. Denn das ist das Blöde, unter Anführungszeichen, im Bergsport. Nichts kann Erfahrung toppen. Gar nichts. Also die beste theoretische Ausbildung ist immer noch eine theoretische Ausbildung. Und ich glaube, dass die Theorie heute sehr gut vermittelt wird, egal ob online oder in einem Kurs vor Ort und so weiter. Ich glaube, dass diese Theorie mittlerweile sehr, sehr gut ausgearbeitet ist, wie man es den Leuten vermittelt, wie die Leute es sehr gut erreichen und so weiter. Aber auf der anderen Seite steht natürlich immer die Erfahrung und hier wird es für den Bergsport auch schwierig, denn Erfahrung sammelt man nur, indem man sich aus dieser Komfortzone heraus begibt und da schließe ich eben jetzt auch wieder an diese Anfänge an, dass man sagt, okay, ich mache heute mal einen Klettersteig, der ist eigentlich nichts für mich, der ist eigentlich ein bisschen zu schwer. Auf der einen Seite kann ich den Gedanken ja vollkommen nachvollziehen. Ich frage mich selber, wie will ich mich denn weiterentwickeln, wenn ich nicht aus meiner Komfortzone oder aus meinem gewohnten Schwierigkeitsgrad rausgehe, aus meinem gewohnten Umfeld, wie will ich mich denn dann überhaupt noch weiterentwickeln und wie will ich neue Schwierigkeitsgrade beispielsweise erreichen, neue Berge, neue Gipfel oder dem Ziel, dem großen, hohen Ziel näher kommen. Diese große Frage bleibt für mich im Raum stehen, auch wenn ich die Kritik dazu lese, dass schon wieder irgendwelche unerfahrenen Leute im Gebirge aufgegriffen wurden. Die Frage, die sich hier auch stellt, ist, wie bereiten sich Anfänger überhaupt vor? Es gibt meiner Meinung nach ja auch zwei Kategorien in diesem Sinne. Auf der einen Seite gibt es die Leute, die einfach keine Ahnung haben, aber auch kein Interesse daran haben, sich zuerst etwas zu bilden oder sich etwas zu informieren über eine bestimmte Tour, über die Ausrüstung, über die Art der Tour und so weiter und dann einfach losstarten und dann eben mit ihren Flipflops im Klettersteig gefunden werden und dadurch dann eben Probleme bekommen und dadurch dann eben einen Notruf absetzen müssen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die durchaus adäquat ausgerüstet sind, aber eben sich selber vielleicht ein bisschen zu überschätzt haben, vielleicht ein bisschen zu sehr über ihre eigenen Grenzen hinausgegangen sind und hier, finde ich, sollte man mit der Kritik aber auch ein bisschen sparsam sein, denn ich glaube, es ist gut, wenn die Leute bis zu einem gewissen Rahmen versuchen, sich weiterzuentwickeln und vielleicht auch den einen oder anderen Fehler zu machen. Ich möchte an dieser Stelle auch ganz klar sagen, dass ich glaube, dass die Bergrettung an dieser Stelle auch sehr viel Gutes leistet. Ich glaube, die persönliche Weiterentwicklung von Leuten, die zu zukünftigen Alpinisten werden wollen oder die auch das Bergsteigen einfach nur als ein kleines Hobby nebenbei betrachten, da ist die Bergrettung nicht nur einfach ein Taxi-Service, sondern ich glaube auch, dass die Bergrettung oder die Verfügbarkeit dieses Angebots dazu führt, dass die Menschen mehr oder weniger sich ein wenig über ihre Komfortzone trauen. Es gibt natürlich auch die schwarzen Schafe, die sagen, ja, ich mache jetzt einfach, was ich will und im Zweifelsfall holt mich die Bergrettung. Klar, aber das weiß auch die Bergrettung, dass es diese Leute gibt. Aber ich glaube, es kommt auch ganz oft oder es läuft auch ganz oft darauf hinaus, dass Menschen eigentlich versuchen, sich nur ein klein wenig über ihre Grenzen hinwegzusetzen und dabei dann eben vielleicht mal scheitern. Und ich glaube, dieses Scheitern muss nicht gleich mit dem Tod bestraft werden und nicht gleich damit bestraft werden, dass die Leute irgendwo in einer Wand erfrieren, sondern ich glaube, dass hier eine gewisse Toleranz für diese Fehler und für diese Problematik auch geschaffen werden sollte und dass man, und hier muss ich auch noch einmal ein bisschen das Thema soziale Medien aufgreifen, dass die sozialen Medien an dieser Stelle nicht den Fehler machen dürfen mit unfassbarem Hass und das ist einfach die Praxis, mit unfassbarem Hass gegen Leute, die sich verstiegen haben oder gegen Leute, die eine Fehleinschätzung betrieben haben, vorgehen und die hier denunzieren, kritisieren und beleidigen. Ich glaube, dass das überhaupt nicht produktiv ist für die Weiterentwicklung von uns Bergsteigern im Allgemeinen. Man muss sich das mal überlegen, also ich finde ja, Facebook, also Facebook-Gruppen sind ein Soziotop des Irrsinns Sondergleichen. Wenn ich hier eine Frage stelle, ich meine, das mache ich jetzt mittlerweile schon lange nicht mehr, weil ich weiß, ich bekomme keine qualifizierten Antworten, ich bekomme nur qualifizierte Beleidigungen, dann ist es, es ist super faszinierend, wenn man nach Bedingungen fragt, dann ist die beste Antwort, die man kriegen kann, schau selber nach. Wenn man fragt, wie würdet ihr die Schwierigkeit von Berg XY einschätzen, dann ist die allererste Antwort immer, ja, wenn du so eine Frage schon stellen musst, dann solltest du besser gar nicht erst gehen. Ich meine, was ist das denn für eine Hilfe, was ist das denn für eine Antwort und sowas lese ich tagtäglich in diesen Gruppen und das sind eben Leute, also die Fragesteller, die sich in gewisser Weise weiterentwickeln wollen, vielleicht eine Situation nicht richtig einschätzen können, vielleicht auch einfach nur eine zweite Meinung brauchen, aber diese Antworten haben natürlich mit einer Meinung überhaupt nichts zu tun. Deshalb schätze ich es sehr, wenn Leute eine ganz nüchterne Meinung abgeben können zu vielleicht so Bedingungen, eine Einschätzung der Schwierigkeit, egal ob das jetzt ein Klettersteig ist oder eine Eiskletterroute oder eine Klettertour, dann ist es einfach hilfreich, wenn Leute, die einfach vielleicht dieses bisschen Ahnung, dieses bisschen Erfahrung noch zu wenig haben, eine zweite Meinung bekommen, eine starke Meinung, eine qualifizierte Meinung bekommen und ich glaube, dass das eben nicht dazu führt, dass die Unfallzahlen steigen, sondern ich glaube, das führt höchstens dazu, dass Menschen schneller und einfacher Erfahrungen sammeln. Denn wenn ich sage, ja, die Tour ist extrem schwierig und hat halt das und das und das an Ansprüchen, dann wird diese Person vielleicht, wenn sie schon fragt, ja, dann wahrscheinlich selber ganz gut beurteilen können, ob sie dieser Problematik gewachsen ist oder nicht und wenn sie dann Meinung ist, dem gewachsen zu sein, dann ist sie um eine Information reicher, macht die Tour, ist hoffentlich erfolgreich und ist erfahrener als am Tag zuvor und alle haben was davon. Und wenn diese Person zu dem Urteil kommt, ja, das hört sich für mich zu schwer an, das hört sich für mich zu, vielleicht auch zu gewagt an, zu gefährlich, zu riskant, wie auch immer, dann lässt die Person diese Tour bleiben und ist auch um die Erfahrung reicher geworden, dass unter gewissen Bedingungen gewisse Touren einfach nicht so möglich sind. Insofern, ich glaube, der Umgang mit Neulingen, der Umgang mit Leuten, die gerade frisch einsteigen, der sollte definitiv verändert werden, der sollte sich ändern, die Menschen müssen alle daran selber arbeiten, dass sie Jungen, aber auch Alten, Neueinsteigern oder Quereinsteigern einfach den Raum für Fragen lassen und den Raum auch für Fehler lassen und deswegen, diese ersten Schritte, die sind manchmal wirklich, wirklich schwer und ich denke da gerne auch an meine Vergangenheit zurück, die ersten Schritte auf Hochtouren, die ersten Schritte auf Klettertouren, wir alle haben mal erste Schritte gemacht und das ist nicht immer leicht und manche haben das Glück, dass einem das in die Wiege gelegt wird und dass man das von zu Hause aus gelernt bekommt und dass man da sehr viele Vorteile schon von Haus aus hat, ohne irgendeine Frage außerhalb des privaten Raums stellen zu müssen. Das ist aber bei weitem nicht bei jedem Menschen so und gerade bei den Menschen, die nicht aus dem Bergland kommen, ist das absolut nicht so. Insofern, man sollte da wirklich zurückhaltend sein, denn wir können uns glücklich schätzen, wenn wir in einem Rahmen vielleicht aufgewachsen sind, vielleicht groß geworden sind oder etabliert wurden als Bergsteiger, ohne viel selber ja fragen zu müssen, ohne viel lernen zu müssen, weil das einfach alles so by the way, einfach so nebenbei funktioniert hat und man einfach so schnell an Erfahrungen dazugewonnen hat, dass das sich also eigentlich alles erübrigt hat. Das ist ein wahnsinnig großes Privileg und wir sollten dieses Privileg nicht dafür nutzen, dass wir die Leute, die dieses Privileg eben nicht hatten, denunzieren und sie darauf kleinreden, dass sie eigentlich nur Amateure sind und sich doch einen Bergführer nehmen sollen und so weiter. Ich glaube, dass die Menschen durchaus auch erwachsen sind. Ich glaube, wir müssen definitiv den Menschen auch wieder zutrauen, dass sie für sich selbst verantwortlich sein können und dass sie auch Selbstverantwortung für ihre eigenen Entscheidungen übernehmen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den Menschen einen gewissen Grad an Eigenverantwortung nicht abspricht und weil irgendwie viele Leute verstanden haben, dass man Leuten im Internet, gerade im Internet, Verantwortung auch einfach absprechen kann oder die Einschätzungsfähigkeit absprechen kann, wird das natürlich auch gleich mit ordentlich vielen Beleidigungen geschmückt und ich finde das mehr als nur deplatziert. Ich finde das lächerlich und deswegen glaube ich, dass wir definitiv weiterkommen könnten, wenn wir Leuten, die ganz neu in einem Sport sind, egal welcher Subdisziplin des Bergsports das nun der Fall sein mag, einfach weiterhelfen und online ist, glaube ich, die wichtigste Plattform, also das Internet ist, glaube ich, die wichtigste Plattform, das wichtigste Medium, um Fragen zu stellen und auch, um qualifizierte Meinungen zu bekommen. Wir sind ein Sammelsurium von intelligenten Menschen und wir sollten eben nicht dahin abdriften, dass wir Leute kleiner machen, als sie sind, nur weil sie vielleicht weniger Erfahrungen haben und gerade dabei sind, diese Erfahrungen zu sammeln und ich glaube auch, ich glaube auch und davon bin ich überzeugt, auch wenn das natürlich eine umstrittene Meinung ist, ich glaube auch, dass Fehler ganz, ganz wichtig sind, um sich weiterzuentwickeln im Bergsport und diese Fehler sollten natürlich nicht darin resultieren, dass die Leute alle fünf Minuten oder jede zweite Tour eine Bergrettung brauchen, sondern dass diese Leute umkehren und auch mal mit der Erfahrung sich vertraut machen, dass es manchmal schief geht und dass man manchmal einen Tag in den Sand gesetzt hat, weil auch das einfach dazugehört, vor allen Dingen zum Lernen dazugehört und beim nächsten Mal wird es einfach besser klappen, weil man dann schon verstanden hat, okay, da muss man vielleicht dann schon andere Ausrüstung anlegen oder ablegen oder schneller sein oder was auch immer und lernt dann einfach viel dazu. Ich glaube, dass diese Erfahrungswerte wichtig sind und ich glaube, dass man eine gewisse Fehlerkultur vielleicht auch wieder etablieren kann, wenn man Leuten sagt, hey, Bergsport besteht auch daraus, Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen oder betonen, dass Buchstab von mir Ende April erscheinen wird, das Bergsteigen für Anfänger, das wird ebenfalls einen großen Teil beinhalten, dass man eben auch mal Touren machen soll, bei denen man nicht ganz hundertprozentig sicher ist, ob man die überhaupt schaffen wird oder packen wird, aber eben auch an dem Punkt, an dem man merkt, okay, es geht nicht mehr, einfach ganz, ganz hart ist und sagt, wir kehren jetzt um, ich drehe jetzt um, ich sehe mich dieser Tour nicht gewachsen und ich bin auch froh, dass ich mit dieser Haltung vielen Leuten in der Vergangenheit auch schon tatsächlich so einen gewissen Flow ins Ohr setzen konnte, dass diese Menschen das auch sich zu Herzen genommen haben und ich habe noch nie negatives Feedback bekommen, dass jemand jetzt wahnsinnig traurig darüber war, dass er irgendwie eine Tour abgebrochen hat, viele Leute haben mir im Nachhinein gesagt, dass sie froh über die Erfahrung sind und es wichtig für sie und für die Weiterentwicklung war, dass sie sehen, dass es auch gar nicht so schlimm ist, wenn eine Tour mal schief geht und dass man trotzdem was dazu lernt, ich glaube, das ist ein wichtiger Teil des Bergsteigens und ein wichtiger Teil des Bergsports, ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, die immer regelmäßig auch mal Touren probieren, die ihnen sechs Nummern zu groß sind und wenn sie merken, oh, sechs Nummern zu groß waren halt dann doch nochmal vier Nummern viel zu groß, dann drehen sie halt wieder um und hatten trotzdem eine spannende Erfahrung und haben vor allen Dingen viel gesehen und haben auch gesehen, was sie noch nicht können oder welchen Herausforderungen sie noch nicht gewachsen sind und arbeiten sich da ein Stück für Stück daran ab und auch so wird man in einem Sport langsam aber sicher besser, man darf sich eben auch nicht zu schade sein, auch mal den ein oder anderen Tag mit Fehlermachen zu verbringen, solange die Fehler zumindest nicht tödlich sind, finde ich, sollte man sie durchaus machen dürfen. In diesem Sinne, ich hoffe, dass ihr generell zu Anfängern auch eine gewisse Offenheit pflegt und dass ihr generell die Leute auch gerne mitnehmt und nicht nur hinterher schleppt und nicht nur zeigt, was ihr alles könnt, sondern auch die Leute selber einfach mal ein bisschen probieren lasst und selber einfach mal ein bisschen erforschen lasst, wie man mit verschiedenen Techniken, wie, wohin weiterkommt und so weiter. Viele Leute mögen das, nicht alle, aber viele Leute mögen das, auch diesen spielerischen Ansatz zu lernen. Natürlich sollte das Ganze immer sicher sein, also wenn ich jemandem Klettern beibringe, dann wäre der spielerische Ansatz, dass du jetzt einfach mal selber herausfindest, wie man sichert, natürlich absoluter Quatsch, aber wenn man sagt, jemand geht das erste Mal klettern, dass man ihn im Toprope einfach mal probieren lässt. Es gibt beispielsweise bei Kindern dieses Phänomen, dass sie etwas falsch machen, gerade beim Toprope-Klettern zum Beispiel, dass sie eine falsche Technik anwenden, dass das absolut nicht zielführend ist, was sie machen, aber man muss überhaupt nichts sagen, weil wenn sie das dritte und vierte Mal probieren, dann machen sie es irgendwann ganz automatisch richtig und haben dann aber auch ganz von alleine verstanden, was der Fehler war, wie es besser geht und speichern diesen Mechanismus, aha, das Problem sieht so aus, das kann ich so und so lösen, ganz von selber ab, ohne irgendwas lernen zu müssen und das Interessante ist, dass das bei Erwachsenen immer noch funktioniert, es dauert einfach nur länger und vor allen Dingen pflegen wir Erwachsene einfach auch nicht mehr die Kultur der Geduld und ich glaube, diese Kultur, ach, die sollten wir definitiv mal wieder einführen. Geduld ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, es ist noch nie jemand an zu viel Geduld gestorben, genauso wie auch noch niemand an Freundlichkeit gestorben ist, deswegen diese zwei, diese zwei Faktoren sollten wir einfach mal wieder kombinieren, die nehmen wir mit ins Internet, wenn wir in Foren unterwegs sind, wenn wir in Facebook-Gruppen unterwegs sind und uns über Bergsport unterhalten und Leute Fragen stellen, die teilweise vielleicht ein wenig naiv klingen, dann nehmen wir einfach unsere zwei Päckchen mit, das eine Päckchen, da steht Geduld drauf und auf dem anderen Päckchen steht Freundlichkeit obendrauf, denn wie gesagt, an beidem kann man nicht sterben. Insofern hoffe ich, dass wir so den Einsteigern einen guten Einstieg liefern können und dass auch ihr, wenn ihr gerade Einsteiger seid, hoffentlich auf offene Ohren stoßen werdet, wenn ihr Fragen habt und wenn euch Themen nicht klar sind und wenn ihr Touren, vor allen Dingen, wenn ihr Touren, Tourenbeispiele sucht oder Ideen sucht für Touren, die euch irgendwie weiterbringen, an denen ihr euch vielleicht auch abarbeiten könnt, denen ihr euch gewachsen fühlt oder eben nicht. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal kurz jemanden erwähnen, auf den ich tatsächlich sehr, sehr stolz bin, nämlich einen, jemanden, den ich über die Alpen Academy, über den, ja, über die Alpen Academy, über den Podcast, glaube ich sogar, kennengelernt habe, nämlich, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen sage, ich sage einfach seinen Namen, nicht, ist auch vollkommen egal, jedenfalls bin ich auf diese Person sehr, sehr stolz, denn sie hat mir erzählt, sie hat auch eine Weile hier in Innsbruck gewohnt und hat mir erzählt, dass sie auf der Romaspitze war und am Westgrad sich an einem gewissen Punkt einfach nicht mehr weitergetraut hat und es ist halt, dieser Grad ist tatsächlich nicht ganz, ja, er ist jetzt keine große alpinistische Herausforderung, aber er ist definitiv nicht ohne, er ist doch sehr, sehr ausgesetzt, er ist streckenweise doch sehr, sehr brüchig und das alles kombiniert mit sehr weiten Tiefblicken und so weiter, das führte eben bei ihm dazu, dass er sich einfach nicht mehr weitergetraut, dass er umgedreht und er hat mir das erzählt und ich fand das sehr beeindruckend, ich fand das sehr schön, dass jemand einfach mit so einer Offenheit auch über seine Missgeschicke und seine Probleme im Bergsport spricht und dann hat er mir neulich geschrieben, er ist letztens eine nicht ganz ungefährliche Rinne im zweiten Grad abgeklettert und da habe ich mich richtig gefreut, weil ich wusste, diese Person, der liegt so viel an diesem Sport und der liegt so viel in den Bergen und es hat ihn irgendwie so ein bisschen gefuchst, dass er damals auf die Rommerspitze so nicht hochkam und dass er das irgendwie nochmal weiterentwickeln möchte und so weiter und als er mir das dann geschrieben hat, da wusste ich dann, der freut sich sicher gerade mega drüber, dass er das geschafft hat und ich habe mich auch sehr für ihn gefreut und es ist eben genau das, worüber ich heute gesprochen habe, es ist diese Frage, ob man, wenn man einen Fehler macht oder wenn man eben nicht mehr weiterkommt, weil man sich überschätzt hat oder wenn man die Situation falsch eingeschätzt hat oder weil man einfach sich nicht in der Lage fühlt, eine gewisse Herausforderung zu bewältigen, dann ist es einfach cool, weil genau das, was ich heute beschrieben habe, funktioniert eben, dass man sich einfach weiterentwickelt, dass man sich weiter daran abarbeitet und dass man im Zweifelsfall den einen oder anderen Rat auch annimmt und mit dem einen oder anderen Gespräch und der Offenheit darüber, dass man vielleicht das ein oder andere Problem hatte, vielleicht sogar weiterkommt, als wenn man sich einfach selber so ein bisschen ins Rabbit Hole frisst, dass man sich einredet, dass man das eh alles könnte, obwohl es eben nicht so ist. Ich glaube, dass das nicht so zielführend ist wie Ersteres. In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt jetzt noch eine wunderschöne Woche, genießt das hoch, nutzt es aus, so gut ihr könnt, seid unterwegs und seid natürlich mir immer sicher unterwegs. Wie immer, hier an dieser Stelle auch der Hinweis, der Podcast und natürlich die gesamte Alpen Academy existiert, nur weil ihr es möglich macht. Unterstützt mich gerne mit einem Kaffee, wenn ihr das Projekt unterstützen wollt. Ansonsten wünsche ich euch auf, mein Gott, wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bergheil!